Hallo miteinander, ich habe das ganze Wochenende über gearbeitet und ich habe Linien gezogen und ich wurde zwischendurch gefragt, kann man denn auch dieses Painting Line Gel von Saida Nails, dieses hier, ohne einen Start- oder Endpunkt, also einfach nur als feine Linie ziehen. Ja, man kann, selbstverständlich. Und zwar habe ich hier schon einen Tipp vorbereitet, das ist übrigens eine frisch gezogene French Linie für bestimmte Leute, die einfach sagen, hey, kann man damit auch French Zonen ziehen? Ich zeige euch das. Klar geht das, wieso sollte das nicht gehen? Das ist halt ein bisschen Übungssache, denn, ein bisschen mehr cleaner wäre schön, denn man kann natürlich nicht alles gleichzeitig machen. Ich möchte euch das gleich nochmal demonstrieren und zeigen. So, den habe ich aber nicht ausgehärtet. Nein, habe ich nicht. So, das muss auch jetzt reichen, weil ich eigentlich ein schnelles Video für euch machen möchte. Ich möchte euch auch nochmal zeigen, wie ich in den Tiegel reingehe, um nicht mit dem Gel kämpfen zu müssen. Ich nehme mir hier eine gewisse Menge auf, geht särtlich an diese Kanten und nehme dann den Rest einfach so auf und es schnürzelt sich so zusammen und dann bleibt es so. Stellt euch vor, ihr habt Latexmilch oder wie ich Silikonmilch. Die macht ihr euch um den kompletten Hautbezirk drumherum. Lasst ihn trocknen. Dann könnt ihr selbstverständlich einen Stupfen auf der Nagelhaut machen, geht oberhalb des Nagels nach vorne, setzt ab und habt weder einen Startpunkt noch einen Endpunkt. Und das könnt ihr selbstverständlich so lange machen, wie ihr euer Design eben haben wollt. Wenn euch mal eine Linie zu schmal geworden ist, für die Leute, die besser sehen als ich bitte, dann geht ihr einfach nochmal drüber, denkt euch den gleichen Weg wieder und geht wieder runter. Und selbst ich schaffe das fast genau. Wow, geil. Was kann man denn noch damit alles machen? Jetzt wisst ihr ja das mit den Start- und Endpunkten. Ihr könnt dann einfach einen sauberen Pinsel nehmen und euch das Ganze entfernen. Oder ihr zieht euch, wenn ihr so eine Latexmilch drüber habt, gegebenenfalls auch einen Tesafilm. Vielen Dank, liebe Biene, für den Tipp. Könnt ihr aber auch die Latexmilch, den Tesafilm oder Silikonmilch, einfach abziehen von eurer Haut vor dem Aushärten. Oder ihr nehmt euch einfach einen entweder Cleaner in dieser Flasche oder einen Nagellackentferner ölfrei. Ich bin ja jetzt natürlich auch ein bisschen schluderig hier. Ich möchte es schnell machen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann macht ihr euch Start- und Endpunkt weg, geht zum Aushärten fertig. Was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr schon mal dabei seid, mache ich das einfach mal ein bisschen zur Seite. Ich nehme meinen feinen Glitter Forest. Möglichst den Tipp senkrecht drüber, damit man nicht alles daneben haut. Es geht sowieso immer irgendwas daneben, aber man muss es ja nicht übertreiben. Und dann geht ihr halt einfach langsam über den kompletten Tipp drüber. Ihr merkt schon, ich konzentriere mich wieder, dass ich nicht mit dem Pro Pusher auf das Gel komme. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So. Jetzt habe ich wenigstens nicht ganz so viel Sauerei gemacht. Und ich habe natürlich schon einen hier im Gerät gehabt und habe den ausgehärtet. Habe genau das gleiche auch gemacht. Und dann brauche ich eigentlich nur noch meinen Staubpinsel zum Entstauben. Der ist auch ein bisschen zu weich. Da wäre es geschickter, man hat wieder eine Zahnbürste. Ich wollte euch nämlich eigentlich diese Musterung zeigen, die ich da drunter gezaubert habe. Ihr seht, geschwungene Linien. Hier unten ist noch ein bisschen was drüber. Also man kann natürlich auch mit Glitzer arbeiten. Man kann auch mit Transferfolien arbeiten, selbstverständlich. Da müsst ihr allerdings gucken, wie dicht, wie viel habt ihr drauf von diesen filigranen Painting Line Gel. Und wie ist die Härtungszeit? Bei fünf bis zehn Sekunden nimmt es nach meiner Lampe sehr gut an die Klebekraft. Also das könnt ihr locker machen. So, ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar ging es um die French Linie. Weil mich auch jemand gefragt hat, kriege ich damit French hin? Ja, natürlich kriegt man auch French hin. Ich zeige euch nochmal, wie ich in den Titel reingehe. Das ist halt auch so eine Sache. Arbeitet ihr lieber mit einem feinen Schlepper oder habt ihr lieber einen anderen Nählartpinsel. Nehmt nicht zu wenig auf. Frisch ein bisschen was. Das ist natürlich wieder viel zu viel. Und dann gehe ich einfach so an die Seite. Man muss natürlich den Titel dann etwas putzen, aber das ist kein Problem. Ich schaue jetzt mal unter der Kamera kurz durch. Sonst treffe ich nämlich die Linie nicht. Also, selbst für mich kurzsichtigen Hirschen mit diesem hauchdünnen Vorzeichnen habe ich es geschafft, ohne aufzupassen, wo ich jetzt genau bin, eine French Line zu ziehen. Und dann könnt ihr die einfach nur ausmalen nach euren Wünschen und schon ist es fertig. Dann wurde ich auch gefragt, wie sieht es denn aus mit Musterungen jeglicher Art. Was natürlich auch machbar ist. Ich gehe jetzt nochmal mit dem anderen Pinsel kurz in das Gel rein. Nehme wieder eine kleine Menge auf. Warte, bis sich selbstständig hochzieht. Was natürlich auch machbar ist, wenn ihr schon die Dots haben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel hier oben wieder an der sogenannten Nagelhautzone anfangen. Zieht es rein. Einmal dutschen, zweimal dutschen, dreimal dutschen, viermal dutschen. Man kann natürlich auch gezielt Muster auf diese Art machen. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Wenn ihr das dann habt, könnt ihr aber auch hier weitermachen. Ihr braucht nicht immer wieder hier außen starten. Ihr könnt auch, gucke ich mal, ob ich das erwische, hier wieder reingehen und euch die Fäden nach außen ziehen. Es funktioniert. Das ist überhaupt kein Thema. So könnt ihr auch Tannenbäume machen. Der Winter kommt ja auf jeden Fall. Und das ist wirklich auch für die Leute, die sagen, ich kann nicht malen oder Blattwerk oder oder oder. Also damit kann man wirklich, ja genau, jetzt habe ich gerade nicht getroffen, wenn ich durch die Kamera gelinst habe. Auch Blattwerk nachmachen. Klar, wenn ihr gerade haben wollt, dann geht ihr hier wieder rein. Zieht es einfach hin, wo ihr es haben wollt. Da müsst ihr wirklich ausprobieren, wie eure Pinsel sind. Und jetzt schaut mal, wie fein das ist. Ihr denkt jetzt, das ist groß. Nö. Ihr seid ja auch ziemlich weit weg, würde ich sagen. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also man kann wirklich unglaublich viele Sachen damit machen, mit diesem Painting-Line-Gel. Die neuen Farben kommen, die sind unterwegs. Die werde ich euch dann gerne auch wieder zeigen. Und ich bin absolut begeistert, weil endlich kann ich alle meine Kunden glücklich machen. Ich würde mich freuen, ihr schreibt mir in die Kommentarbox rein, wie ihr das empfindet, ob das was Tolles ist für euch, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ihr wisst ja, über ein Abo würde ich mich immer freuen. Dankeschön.